so und damit herren und herzlich willkommen zu einem neuen video ich mache diese aufnahme jetzt mal für beide ich habe keine ahnung was ich mache ich bin nämlich leider eben aus der runde raus geflogen weil einfach hier wieder rum und so ja diese aufnahme für beide channels also für für viel zu viel los also für den duden und für mackie drum so sieht es aus okay brauchen wir ein bisschen refugium und moralschuh auf zur front ja jedenfalls ist das halt mal so ein bisschen paladins spielen und so und habe auch gerade meine katze auf mir drauf genau ich weiß nicht mal wen ich spiele aber die kriegen es doch eigentlich hin um es da aufzuhalten oder nicht tja ich bin gespannt irgendwas war hier ja ich bin natürlich nicht mehr im spiel drin ich krieg gar nichts hin ich sollte eigentlich tanken oder nicht fronten aber irgendwie ja ich weiß nicht spiel hat eigentlich keine ahnung das spiel habe ich so lange schon wieder nicht mehr gespielt dass ich einfach gar nicht weiß was man hier macht eigentlich weiß ich schon aber irgendwie krieg ich es nicht hin muss man hier jetzt so ein schild für die anderen oh das war nicht das schild das ist das schild okay das hat funktioniert scheiße man kommt überhaupt nicht voran heiser misst töten das finde ich gerade brauchen weil ich irgendwie kills mache obwohl ich eigentlich keine kills machen sollte nein die fresse sie spiel ist irgendwie ich bin auch gerade so halb away aber warum nicht okay ich hatte eine e aber irgendwie habe ich es nicht damit gemacht hilfe es ist funny wie sehr wir verlieren kann ich irgendwas kaufen ähm was ist davon nötig ne man bräuchte den zerstörer aber tja dann warten wir mal ab bis es weiter geht und dann äh kriegen wir uns jetzt mal ein bisschen hin ist ja eine verarschung wie schlecht wir sind 0 zu 2 naja gut ist nur das spiel da kann man auch schon mal scheiße spielen vor allem wenn es so die erste runde nach lange ist und ich habe halt irgendein random champion das war so dämlich das war einfach so dumm das war so dumm ich wusste nicht was diese ulti macht ich wusste nicht das wieso dumm weg schieb ach komm ich dachte ich komm doch weg ach ich bin grad so schlecht ich weiß einfach nicht wirklich was ich tue das ist schon ziemlich peinlich das ist schon ziemlich peinlich jetzt habe ich auch schon wieder vier Sachen gekauft das ist immer dumm immer hä der fuck ich werde das alleine machen keine chance das zu viel zu viel gebumse da unten ich wusste nicht ob du sie sich auf die anderen nicht gemacht habe gesagt aber und was 0 3 0 3 0 3 ja ja wir wissen wir wissen dass die Feinde gut sind und wir können gar nichts ich habe irgendwas weggeschossen manchmal ist dieses Spiel auch fragwürdig ja ich weiß auch nicht ich glaube ich habe das oft gespielt aber war so damals mein Ace of Spades als das fällt mir einfach ein das ist jetzt 2017 obwohl man da ja noch etwas Blitz spielen kann ohhhh funktioniert doch jetzt da gehts ab Alter diese Flanken scheiß Leute die gehen mir immer so oft hin wie gesagt und meine Katze besucht unter ok ich habe jetzt nicht mehr Headset mitgerissen ich hasse es wenn die Katze irgendein Headset Kabel mitreißt das passiert manchmal nice ich habe die gerade irgendwie runtergeschmissen funny wir kriegen das noch hin naja ich glaube jetzt habe ich mich so ein bisschen ans Game wieder gewöhnt mein Gott was ist das für ein Eisenbahn ach das ist der Wagen da ok ok alter wagen diese scheiß Flankierer jetzt haben die es doch noch geschafft uns da wegzuschieben das gibt es nicht der Refugium wenn sich jetzt hier meine ultimate einsetzen wird das so nicht verlieren oder was kann ja nicht wahr sein mach ich aber noch mach ich erst wenn es knapp wird das funktioniert doch gerade das sind alle nicht weit weit perfekt verteidigen wir voll gleich geil haben wir doch haben wir doch haben wir doch haben wir doch jetzt kriegen wir doch hier einen Scoochine Call warum steht eigentlich die Zeit gab es nicht früher eine Zeitangabe das steht wahrscheinlich gleich da oben funktioniert 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 doch eigentlich ist das aber noch ein neustes Spiel wo man mal so ein paar Runden spielen kann äh ja fehlt nur die Baume in der zombie Modus hehehe ich habe es echt mit naja gut warte mal wie kann ich denn hier sonst mit T let's go so so bin ich jetzt mal gespannt wie das funktioniert ob wir hier noch da was reißen können oder ob das jetzt hier totale verliere arbeit ist so boom 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 da ist das verdammt warum bin ich von dem Ding runter gegangen da ist irgendwo mein Schild hey das funktioniert hey das funktioniert 50% gestorben man ich habe 50% damit hingestellt so wird's ultimate jetzt helft doch mal helft ihr müsst auch was machen jetzt holt jetzt einfach so vollott ein weil da drei Leute draufstehen ich war eben alleine zack überholt zack 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 oh jetzt spawnt trappen wir uns hier auch schon das gibt's nicht wie soll man das schaffen rein da 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 noo ok es ist schon irgendwie fast knapp es klappt nicht dass es klappt wir haben verloren yay tolle runde juhu na egal war auch meine erste seit etwas längerem wieder und ich hab mit irgendeinem random Scheiß gespielt ich wusste nicht was ich mache aber komischerweise bin ich bester beschützer also das muss ich auch nicht verstehen war ich ja gar nicht mal schlecht hm waren die einfach nur besser na gut ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder schaltet wieder ein lasst ein abo und ein like und ein komi da für die alge und haut rein und bis zum nächsten mal da bis dahin ciao